Vor allem abdrehen. Und zwei. Hüfte! Nicht da oben. Hüfte so vorschieben. Schulter zurück. Und eins. Hüfte! Und zwei. Langer Schritt. Also kein Langer. Halt er vor. Und vor allem abdrehen. Dein Fauchmann ist da oben. Und da. Und schön gerade. Und eins. Du willst mal weg hervorheben? Gut. Dann ganz erst mal die Grundschule. Und zwei. Hüfte! 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 Soll die E-Line wieder am Sonntag am Mittwoch aufmachen.